Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Clear von Legend of Grimrock. Ja, ein Let's Clear, denn es soll ein 100% Run werden und nicht nur das, es soll auch auf Hard gespielt werden und wir spielen im Toro-Modus. Das heißt, wir spielen nur einen Charakter und den werden wir jetzt gleich mal freischalten. Also wir spielen auf Hard, wir machen Create Characters und jetzt müssen wir hier eingeben Toro rum und Enter. Da kam gerade so ein Klingelgeräusch, das heißt der Modus ist freigeschaltet. Das Intro kennen wir ja schon, das werde ich jetzt auch nicht nochmal übersetzen, denn wenn ihr das übersetzt haben wollt, könnt ihr einfach mal ein anderes Let's Play durchgucken. Da habe ich das in Folge 2 gleich übersetzt. So, ich klicke jetzt hier auch durch, weil die Story an sich kennen wir ja schon, die vier Gefangenen, denen Gnade gewährt wird und alle ihre Verbrechen vergeben, wenn sie bloß aus diesem Dungeon wieder rauskommen. Auch wenn es jetzt nicht vier sind, sondern nur ein einziger. Außer er wurde mit drei anderen runtergeschmissen und die sind beim Fallen gestorben. Aber, dann müssten sie hier irgendwo rumliegen. Und das tun sie nicht. Also wir haben jetzt hier unseren Toro rum. Der hat recht gute Stats. Hat drei Fähigkeiten, nämlich einmal mehr Lebenspunkte, drei mehr Skillpunkte und er ist sehr, sehr schnell. Und wenn ich sage, sehr, sehr schnell, dann bin ich sehr, sehr schnell. Was ein sehr cooles Feature ist. Also ich habe hier schon mal reingeguckt, testweise. Und das macht irre Spaß. Also man kann damit sehr schnell die Secrets finden und hier die Wände abklappern nach Schaltern. Solange das Gehirn das mitmacht. Aber ich weiß nicht, wie angenehm das für euch ist, weil das rastet alles recht schnell vorbei. Aber na gut, wir haben das erste Secrets schon gefunden. Haben die Lurker-Schuhe. Und wir brauchen trotzdem eine Fackel, damit wir ein bisschen mehr Licht haben. Und da es ein 100% Run werden soll, werde ich mich jetzt immer schön umgucken, ob ich irgendwo irgendwas übersehe. Und falls ich irgendwas übersehen sollte, dann schreibt mir bitte, bitte Kommentare. Denn ohne eure Hilfe wird das bestimmt garantiert kein 100% Run. Ich habe das ja in dem ersten Playthrough schon versucht, einigermaßen ausgiebig zu machen. Und trotzdem haben wir irgendwie 50 von 70 bekommen. Was nicht schlecht ist, aber es geht auf jeden Fall besser. So, zwei Fackeln. Was ich in diesem Torum-Modus nicht ganz so gerne mag, ist die Wahl der Skills. Also klar, Rüstung ist super. Da können wir gleich mit 8 Punkten leichte Rüstung tragen. Äxte 5 Punkte ist auch schön und gut. Und wozu ist dann nur der Schwertskill, wenn man eh schon 5 Punkte in extra hat? Also das hätten sie weglassen können. Und die beiden Magie-Schulen, die man zur Wahl hat, sind Erde und Feuer. Wobei in Erde schon 5 Punkte reingelegt wurden. Obwohl, ich glaube, 40 oder 50% der Gegner resistent sind gegen Erdmagie. Ja, das heißt, man könnte dann Feuermagie skillen. Da müsste man aber ganz von vorne reinfangen. Äh, anfangen. Hat keine 5 Punkte wie in der Erdmagie. Und es ist halt fraglich, ob sich das lohnt. Denn ein Charakter, der Feuerbälle schmeißt, reicht der an Schaden? Weiß ich halt nicht. Meine Taktik war jetzt eigentlich eher, wir setzen alle Punkte, also wirklich alle Punkte auf Äxte. Damit er richtig schön viel Schaden macht. Und da wir ja so schnell sind, können wir mal angreifen zurück, angreifen zurück. Das einzige Problem, was wir dann haben werden, ist gegen Gegner, die in Gruppen auftreten. Wie die Legionäre zum Beispiel oder die kleinen grünen Viecher. Das könnte dann schon problematisch werden. Also vielleicht doch auf Feuerballskillen. Ah, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Müssen wir warten, bis das erste Level abkommt. So, immer schön nach Schaltern gucken. Und unser erster heiliger Stein. Sehr schön. Die werden wir aber nicht verbraten wie früher, sondern wir benutzen die Fackeln. Denn inzwischen weiß ich ja, dass es mehr als genug Fackeln geben wird. Also muss ich die nicht mehr so hamstern wie vorher. So, erster Schlüssel. Und apropos Schlüssel. Diesmal werde ich ganz genau darauf achten, wann wir welche Schlüssel einsetzen. Denn im letzten Playthrough ist mir aufgefallen, dass wir die goldenen Schlüssel, die wir oben benutzt haben, lieber hätten aufbewahren sollen für ganz unten. Weil da bestimmt ganz nette Sachen drin sein werden. Also in den unteren Schatz kann man. So, aber den müssen wir hier benutzen. Es gab keinen anderen Weg. Und gleich müssten eigentlich die ersten Gegner kommen. Hier brauchen wir auch wieder einen Schlüssel. Ein loser Fels. Ja, da ist ein loser Fels. Und nächster Schlüssel. Der kommt hier rein. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viele Punkte man ungefähr bekommt. Also Skillpunkte insgesamt. Also beim letzten Playthrough am Ende. Welchen Level hatten wir da? Weiß ich echt nicht. 14, 15 rum? Sonst könnte man ja extra auf 50 bringen. Also auf Maximum. Und dennoch ein bisschen Feuermagie als Flächenschaden. Aber ich denke mir, dass wir auf 50 kommen werden. Ich meine, selbst unsere Feuer- und Blitzmagier, die sich recht spezialisiert haben, kamen am Ende irgendwie nur auf 30 oder so. So, Hose kann weg. Die Schuhe kann auch weg. Ein Dolch. Macht weniger Schaden, aber trifft öfters. So, keine Schalter. Also ja, solange wir noch kein Level-Up haben und ich werde die Folgen jetzt ein wenig, äh, langsamer rausbringen als bei dem ersten Playthrough. Solange wir noch kein Level-Up haben, könnt ihr mir gerne eure Ideen schicken, wie wir ihn skillen sollen. Da bin ich jetzt noch relativ offen. Also ich schwanke zwischen reiner Feuermagier und reiner Axt-Camper. Alles andere macht nicht unbedingt Sinn, in meinen Augen. Denn Erdmagie macht bei fast keinem Gegner Schaden. Und Schwerter zu erhöhen, wo wir jetzt schon 5 Punkte in Äxte haben, wäre in meinen Augen Verschwendung. So, das läuft echt gut mit dem Schnelllaufen. Jetzt hätte ich nur ganz gerne eine Fähigkeit, auch schneller angreifen zu können. Wie man das als 17-Motel bekommt. Aber naja. Und auf das Essen sollen wir auch achten. Was für ein Gewicht das hat. Denn wir haben teilweise ja recht viel schweres Essen rumgeschleppt. So, Fackel kommt wieder mit. Und nach Schaltern wird geguckt. Und noch mehr Schnecken. Ja. Bis du dich gedreht hast, haben wir schon zweimal geschlagen. Naja, nicht so ganz. Aber ich denke mal, dadurch, dass ich mich jetzt so schnell bewegen kann, werden die Kämpfe noch ein bisschen hektischer. Zumal muss ich mich auch schnell bewegen. Und ich muss wirklich lernen, wann die Gegner angreifen und dann im richtigen Moment weglaufen. Jetzt zum Beispiel. Also wenn die Animation kommt, dann hat man noch Zeit auszuweichen. So. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt. Erinnert ein bisschen an Enkel of Dorn. Wo man auch immer vor und zurück läuft, um keinen Schaden zu bekommen. Apropos Schaden bekommen. Was bringt denn Schwerter noch? Das bringt mit 16 5% mehr ausweichen, wenn man ein Schwert trägt. Das ist schon mal ganz nett. Und mit 50 doppelte Angriffsgeschwindigkeit mit Schwertern. Wie ist das bei Äxten? Äxte bringen nur die Spezialfähigkeiten. Und auf 50 macht es Angriffskraft plus 20, wenn man eine Axt benutzt. Also man ist nicht schneller. Aber wenn wir auf 50 sind in einem der Skills, da spiele ich schon fast durch. Ja, ne, wirklich überzeugt bin ich davon nicht. Und 5 Punkte ausweichen ist nicht so viel. Wie viel wiegt das Essen? 1 Kilo. Na gut. So, alles geht. Hier waren wir noch gar nicht. Wir brauchen einen Schlüssel. Nur mehr essen. Eine Marder am Stock wiegt. 1,1 Kilo. Noch einen heiligen Stein. Sondalen mit nur einem Schutz. Bringt gar nichts. Und ein Leudenkloss, der Willenskraft minus 1 und Angriffskraft plus 1 macht. Äh, ja, ne, das lassen wir auch mal. Kein Schalter. Nö, nö. Na gut, dann können wir jetzt zu dem Gitter, das ich aufgemacht habe. Das war hier. Um die Grube zu schließen, muss etwas fliegen. Oh. Der hat ein neues Geräusch beim Runterfallen. Also nicht das Schreigeräusch, sondern das Landegeräusch. Kommt mir jedenfalls so vor. Und ja, ich weiß, hier steht gleich, irgendwas anderes muss fliegen. Aber ich wollte noch gucken, ob hier irgendwo ein Schalter ist. Anscheinend nicht. Also hier steht, du kannst nicht fliegen. Was kann? Ja, dass ich nicht fliegen kann, wusste ich eigentlich schon. Obwohl es ist Torum, da weiß man ja nie. So, keine Schalter, nur ein Schlüssel und den müssen wir auch gleich benutzen. Also bisher immer noch keine Auswahlmöglichkeiten, was Schlüssel angeht. Das ist auch ganz gut so. So, hier kommt das Gesicht, wo wir die Juwelen reinstecken müssen. Gucken wir uns hier mal um. Ah, hier könnte man die Schnecken runterschmeißen. Aber erstmal gucken wir weiter. Und dann töten wir die schön Stück für Stück. Also ja, wir könnten sie auch runterschmeißen und draufspringen und Schnecken mit Schnecken beschmeißen. Aber dadurch verlieren wir Fahrungspunkte. Das hatten wir ja am Anfang schon mal gemacht. Also beim ersten Playthrough. Und ich sag ganz schön oft erster Playthrough. Wahrscheinlich mit einem ganz komischen Lispeln. Aber das war ja auch cool. So, Stillschnecke. Da rinkt das eine Schriftrolle. Wahrscheinlich nur irgendeinen Zauber, den wir hier schon kennen. So, und ich würde echt gerne... Noch einen Lendenschutz. Was zu essen. Und ein Umhang. Aber ja, ich hätte echt gerne eine Axt. Feuersbund braucht man nicht. Aber ja, die Äxte waren ganz schön weit verstreut, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da kann man nichts machen. Na, komm raus. Das ist echt ein super System. Eine Schneckenschleuse. Dass man schön immer einzig gegen die kämpfen kann. Und da füllt man ein. Wir müssen gleich noch in die Grube runterspringen. Nicht, dass ich das später wieder vergesse. Kritisch. Ja, gib ihm. Und mehr Schneckenfleisch. Und unser Metaar ist gleich schon voll. Aber okay, ich habe ja auch fast alles mitgenommen. So, war hier noch irgendwas? Achso, hier war die Feuersbrunst. Und was auf der anderen Seite? Nichts. Na gut, springen wir mal kurz da runter. Ah, hier ist ja schon eine Schnecke. Wir haben aber keine runtergeschmissen, oder? Gut. Stell dich mal nicht in Frage. Bring da einfach um. Ist alles Erfahrungspunkte. Und essen. Auch wenn wir wahrscheinlich wirklich absolut keine Nahrungsprobleme haben werden. Weil wenn wir vier Helden bis ganz nach unten durchfüttern können, ohne großartige Probleme zu haben. Dann werden wir mit einem Helden mit einem kugelrunden Magen unten ankommen. So. Stimmt. Hier kommen wir später wieder hin. Und wundern uns, warum hier leerer Raum ist. So. Das wieder zu. Und nächste Schnecke. Komm her. Ching. Ja, ich freue mich definitiv schon auf eine Axt. Und auf das erste Level ab. Denn jetzt verfehlen wir viel zu häufig. Und die Skills, wenn ich mir das richtig habe sagen lassen, sorgen auch dafür, besser zu treffen. Was ja ziemlich wichtig ist. Und halt bei den Zaubersprüchen, dass sie weniger Mana kosten und mehr Schaden verursachen. So. Tot. Mehr Schneckfleisch. Und warum ist unsere Mana alle? Schlafen wir mal kurz. Ich habe mir jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ach, ich glaube, die normalen Angriffe verbrauchen auch Energie. Nur normalerweise haben wir nicht so schnell dann da gekämpft, weil wir uns halt nicht so schnell fortbewegen konnten. also noch etwas auf das wir achten müssen. Noch ein Nachteil von der Axt wäre, dass sie so tierisch langsam angreift. Vergesst mit dem Dolch. Ist ja schon ziemlich flott, aber später mit der Axt. Selbst wenn sie viel Schaden macht, werden wir nur alle drei, vier Sekunden einmal zuschlagen können. Oder noch mehr. Dann dauert das Ewigkeiten, bis ein Gegner stirbt. Und wir treffen halt nur einen. Also vielleicht doch Feuermagier. Da ging das ja eigentlich relativ flott. Das einzig Nervige war halt immer wieder die Rune einzugeben. Aber da wir nur einen Charakter haben, ist das jetzt wesentlich einfacher. Ja, doch. Also momentan steht für mich schon Feuermagier fest. Jedenfalls kurzfristig. Macht der Schalter noch irgendwas. Ah, die Platte macht nur zu. Vielleicht müssen wir es rauflegen. Knopf drücken. Und fertig. Aber gut. Dann drücken wir den ersten Stein da rein. Hier stand halt drauf Heile meine Sicht. Und das werden wir auch gleich machen. Aber jetzt speichere ich erstmal ab. Es gibt einen Cut. Und es wird ein paar Tage dauern, bis die nächste Folge kommt. Und in der Zeit könnt ihr mir schon mal schreiben, ob ich bis hierher irgendwelche Secrets übersehen habe. Bitte nichts, was danach kommt. Das wollen wir alles schön nacheinander zusammen machen. Okidok. Dann speichere ich mal ab. Unter T1. Ja, der T1000. Ähm, Terminitarrenspielung und so. Aber gut. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Bis denne. ń ничего. Bis denne. D17. D20Å. D20ÕBRã1